Ein frischer Anstrich, ein bisschen Unkraut zupfen und es ist wie neu. Also gut. Hast du einen Plan? Nicht so wirklich. Ich hab mir gedacht, wir improvisieren einfach, brennen da wild ballernd rein und sehen, was passiert. Was ist das, ne Piratenpistole? Ja, old school, passt doch. So wie du. Okay, dann sehen wir uns das mal an.